Am 6. und 7. September stand das Leipziger Messegelände ganz im Zeichen der Zahnmedizin. Die Fachdental Leipzig 2013 eröffnete die diesjährige Saison der regionalen Dentalmessen in Deutschland. Rund 250 Aussteller präsentierten ihre Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Zahntechnik, Labor und Zahnmedizin. Die besonderen Schwerpunkte lagen in diesem Jahr in den Bereichen CATS-CAM-Technik, Endodontie, Praxishygiene und ergonomische Behandlungseinheiten. Zu sehen gab es unter anderem innovative Intraoral- und Gesichtsscanner, moderne Beratungssoftware, endodontische Spülgeräte und neue Materialien wie zum Beispiel eine Hybridkeramik mit dualer Netzwerkstruktur. Natürlich waren die Erwartungen der Aussteller nach dem Erfolg der letztjährigen Messe hoch. Denn die Fachdental Leipzig ist der wichtigste regionale Treffpunkt der Dentalindustrie in Ost- und Mitteldeutschland. Die Fachdental Leipzig ist einfach für uns als Firma Orange Dental eine ganz tolle Messe, um uns zum einen bei den Kunden zu präsentieren, bei den Zahnärzten und zum anderen auch natürlich bei unserem Fachhandel. Ich will mal gucken, was da los ist hier, was es für Neuerungen gibt und so weiter. Wir stellen hier einige neue Produkte vor und wir erhoffen uns natürlich von dem Publikum, dass der rege Besuch an unserem Stand ist, dass das Interesse da ist, dass wir dieses vermarkten können und natürlich dann auch, dass Verkäufe regeneriert werden. Zu den Besuchern gehörten neben Zahnärzten auch viele Zahntechniker, zahnmedizinische Fachangestellte und Zahnmedizinstudenten, die sich über die aktuellen Trends und Entwicklungen der Dentalbranche informieren wollten. Auf sie wartete ein umfangreiches Angebot an den Ständen der Aussteller. Ein weiteres Highlight der Messe war das Symposium des Dental Tribune Study Clubs. Für Interessierte wurden an beiden Tagen viele spannende Vorträge geboten. Die Themen reichten von allgemeinen Aspekten wie Praxisgründung und Abgabe, über praxisinternes Qualitätsmanagement bis hin zu speziellen Behandlungsmethoden und praktischen Vorführungen. Das Fazit der Fachdental Leipzig 2013 fiel bei Besuchern und Ausstellern daher gleichermaßen positiv aus. Wir hier auf dem Stand der Lege Artes haben die Leipziger Fachdentale als sehr angenehme, lebhafte Messe erlebt. Das Klima ist hervorragend, der Zulauf ist gut, das Interesse der Kunden außerordentlich. Wir sind sehr zufrieden. Bietet sich halt an, was in der Nähe ist. Dann komme ich natürlich im nächsten Jahr wieder. Egal ob schönes oder schlechtes Wetter ist, Leipzig lohnt sich auf der Fachdental.